Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fan-Folge Titanfall 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Das freut mich wirklich sehr. Und noch danke für euer Viertag auf die letzte Folge. Komischerweise hatte die echt ein paar mehr Views auch bekommen als sonst so. Üblicherweise. Keine Ahnung warum. Fuck, Mann! Ich hab denen doch so einen miesen Schuss gegeben. Warum hat er den nicht erledigt? Naja. Und wie immer, Leute, natürlich, wenn ihr mehr sehen wollt von Titanfall 2, wisst ihr, was zu tun ist. Unterstützt den ganzen Kram hier. Mit einer einfachen Bewertung. Und der Seele eures Erstgeborenen. Fuck, Mann! Mann, ey! Auf so engen Räumen ist die Scheiße, die Knarre. Obwohl ich das natürlich gelesen habe. Letzte Folge war ich ganz gut, dachte ich mir. Bis dann natürlich wieder diese typischen Kommentare kommen, über die ich mich dann irgendwie auch mittlerweile eher so amüsiere. Ja, naja. Mit der overpowereden Waffe kann das ja jeder. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ach, ich liebe solche Kommentare. Ja, weil irgendwie, ich hab manchmal den Eindruck, dass manche so ihr Ego dadurch pushen wollen oder sowas. Anstatt es einfach mal zuzugeben, Alter. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Aber ich find's noch was lustig. Ich krieg das ja egal welches Multiplayer. Egal welches Multiplayer-Spiel. Solche Kommentare kommen ja immer. Das war auch nur die Waffe. Das war nur die Waffe. Ähm. Moment. Ich hab dich gesehen. Was willst du von mir? Ja, ist klar. Ja, sorry, Alter. Ich hab den ja gesehen. Also warte ich natürlich ab. Also wie gesagt, das krieg ich. Oh, fuck. Die Kommentare krieg ich. Overwatch. Noob-Held. Krieg ich bei Titanfall. Die krieg ich überall. Und teilweise tatsächlich immer noch bei Star Wars, Alter. Obwohl, da ja glaube ich nach über 300 Folgen mal langsam klar sein sollte, dass ich der krasseste Motherfucker aller Zeiten bin. Scheiße, Scheiße. Das ist natürlich irgendwie so bitter, dass man keine richtige Sekundärfeuerwaffe hat. Sondern nur den Granatwäffer dann. In solchen Situationen. Scheiße. Das riskiere ich jetzt nicht. Der entscheißige Snipe. Der entscheißige Snipe. Achso, ja, natürlich. Stimmt. Ich dachte, ich hätte den Fohlen gerufen, als sie das schon gesagt hat. War ein bisschen verwirrt jetzt hier. Whee. Ich brauche nochmal einen neuen Titan genommen. Ich meine, den hatten wir schon. Klar, wir haben ja alle ausgetestet. Ich brauche nochmal einen anderen Titan. Komm schon, komm schon. Will der Stress, will der Stress, der kriegt es nicht mit. Warte mal, ich gehe mal hier lang. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Scheiße. Ich lege 40 Kilometer zurück, ja. Das ist ja cool. Ja, meinst du... Ah, schade. Das macht keinen Splash-Damage. Das hat er natürlich gesehen. Die Falle hat er natürlich gesehen, Junge. Ich würde ein paar Schüsse geben. Oh, shit. Laser-Sustainable-Ride. Jetzt. Oh, nee, wa. Das ist doch scheiße, wa. Alter Schwede, Junge. Alter Schwede, Junge. Du kannst dich nur aufregen, oder? Das ist doch eine Scheiße, du. Oh, das ist doch absoluter Scheiß, du. Das ist doch eine Scheiße, Junge. Mensch, du. Da regt er sich auf, der kleine Kollege. Es ist so geil. Es ist so geil, ey. Boom, Junge. Boop, 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 boop. Da kannst du gar nichts machen, Junge. Da machst du nichts mehr. Ich bin wie ein Scheiß-Sentinel, Alter. Nein. Nein. Woohoohoo. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Das ist Chappy und seine Gang. Boop, willst du kaputt geboxt werden, oder? Was ist los mit dir, Junge? Holy, holy shit, Junge. Holy shit. Ich hab's gehört. Ich hab's noch gehört. Don auf dem Radar gesehen. Aber da war es schon zu spät. Wir verlieren, Alter. Ich bin wieder der Beste meines Teams. Mann, Alter. Mann. Es ist auch so unfair, dass ich als einziger Mensch diese Waffe spielen darf. Ey, das ist so overpowered, Alter. Mann. Da oben. Scheiße, ey. Die sind aber nicht schlecht, die Leute da drüben, finde ich. Ich bin bereit. Sie können die Reine machen für Titanfall. Alter. Okay. rein in die Tyden. Mal gucken, was wir reißen können. Drückt mir die Daumen, Leute. Achso, das ist einer von mir. Oh, ist er hin? Ist er das? Ja, das war er. Scheiße. Nice. Oh, das sind andere Tydens. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin unterwegs. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Da oben auf dem Dach? Alter, nee, hier... Ist der weg? Was hat er gemacht? Hat er sich irgendwie so teleportiert oder was? Boah, wie geil, die kleinen Mechs hier durch die Gegend jumpen. Miese, Drecksau... Was? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Oh, der hat ganz gut gesessen, glaube ich, Leute. Oh, yes. Boom! Boom! Boom, Junge! Boom, Junge! Boom! Weg, Junge! Ach ja, stimmt, ja! Ganz vergessen, Nuklearausstieg ist natürlich auch noobig. Wo ich dann auch den besten Kommentar darauf fand ich ja... Ja, Junge, eher der Noob wird sich davon treffen lassen oder jemand, der nicht mehr ausweichen kann. Aber eigentlich sieht man das ja lange genug vorher. Und es ist ja auch so. Man sieht es doch vorher lange genug, wenn er sich jetzt in die Luft sprengt. Mann, 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 Leute. Ey, ohne Wiss, macht euch mal locker. Ohne Scheiß, macht euch einfach mal locker. Wir wollen doch einfach nur Spaß haben. Wir wollen doch Spaß haben! Ist das verboten, Alter? Hat uns das... Hat uns das Trump auch noch genommen? Neeein! Trump, du dreckige Sau, Alter! Verdammte Scheiße! Oh, fast Bester der Lobby. Fast aber nur. Zwei Punkte weniger. Ja, waren sie gut. Die waren ganz gut, die Leute. Und auch an euch, ihr seht es sowieso nicht. Einfach locker bleiben. It's just a game. Das sagt derjenige, der in jeder zweiten Lobby komplett austickt. Aber ey, aber ey, ich bin stolz auf mich. Ich hab bei den letzten Zeiten nix kaputt gemacht. Oh, Scheiße. Ja, also dieser Stim-Typ, der ist... Ich weiß nicht, ob der so ganz geil ist. In brenzligen Situationen sich schneller zu halten, ist nicht so verkehrt. Ist nicht verkehrt. Oder? Ist nicht verkehrt. Was hab ich denn für ne Tarnung für meine Knarre freigeschuldet? Ach, diese Anfangstarnungen sehen aus wie hingekotzt. Ist einfach nur... Ach, egal. Ja, der Titan ist eigentlich auch in Ordnung. Der ist eigentlich auch in Ordnung. Der Iron. Ja, ist okay. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann an dieser Stille. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, auf weitere Videos zu Titanfall 2, dann supportet das Ganze. Würde mich sehr freuen. Und sollte auch machbar sein, denke ich, wenn ihr da Bock drauf habt. Ach, guck mal hier. Alter, krass. Was kann man denn hier machen? Was hat man davon, Leute? Dann labern die Figuren einen am Anfang voll, oder was ist das? Genau. Aus Eingang. Geschenke öffnen. Geil. Ein paar Geschenke hier am Start. Was geht, Junge? Colosseum Ticket 1? Was ist das jetzt wieder? Banner? Habe ich da irgendwie krasse Sachen bekommen? Na gut, egal, Leute. Ich lau euch wieder voll. Wie gesagt, checkt die nächsten Videos ab. Checkt die anderen Videos ab. Checkt auch gerne meine Social Media Seiten ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein und tschüss.